Ich glaube, ich werde verfolgt. Dann bleibt uns nur wenig Zeit. Und wo ist das Amulett jetzt? Der Mann, der hinter dem Verschwinden deiner Eltern und deines Bruders steckt, ist jemand namens Otto Luger. Wir glauben, Luger kennt mittlerweile das Versteck der Midas-Chateau. Du wirst für mich spionieren. Aber meine Priorität ist es, meine Familie zu finden. Versteiger! Felix! Loslassen! Mit der Schatulle finden wir auch deine Eltern. Luger betreibt das Spiel auf einem ganz anderen Niveau. Wieso bist du mir hierher gefolgt? Ich brauche deine Hilfe. Findet sie schnell. Auf dass die Show beginnt! Sascha, nein! Modieren Sie das hier! Schließ das Tor! Luger! Aber was, wenn man sich geirrt hat und die Schatulle gar nicht Dinge in Golf verwandelt, sondern etwas weitaus Mächtigeres tut? Halt durch! Lasst uns die Schatulle finden! Luger! Go! Weitere Zer powerful! ask- LugerregionFI liberté! In exterior Gründen ência Energend運 vida!